Kaido ist ein Drache Dieses legendäre Tier kommt häufig in der japanischen und chinesischen Folklore vor. Kaidos Aussehen wird aber vermutlich an die japanischen Drachen angelehnt sein, da einerseits One Piece eben ein japanischer Manga ist und zum anderen Kaido in seiner Drachenform vier Klauen hat. Chinesische Drachen werden mit drei Klauen dargestellt. Oft wird den Drachen die Kraft das Wetter zu verändern gegeben, sie können Regen erschaffen und riesige Wellen verursachen. Als Kaido auftrat, begann plötzlich alles dunkel zu werden und zu regnen. Ebenso haben wir vor Wano Kuni unberechenbare Wellen. Stammen diese vielleicht von Kaido? In der chinesischen Folklore gibt es die vier Drachenkönige der vier Seen. Ostsee, Nordsee, Südsee und Westsee. In One Piece haben wir ebenfalls die vier Blues. Könnten wir in One Piece vielleicht mehr als nur einen Drachen sehen? Zum Beispiel könnte Momonosuke an den Drachen Feilong angelehnt sein, welcher auf Wolken ritt, genauso wie es Momonosuke tat. Oder auch Dragon könnte der Drache des Ostens sein und somit würde sich seine Kraft erklären. Vielleicht gibt es mehrere Drachenfrüchte mit verschiedenen Modellen. Kommen wir aber nun wieder zurück zu den vier Drachenkönigen, welche folgendermaßen bezeichnet werden. Der Azurdrache des Ostens, der Rote Drache des Südens, der Weiße Drache des Westens und der Schwarze Drache des Nordens. Oft wird noch ein fünfter Drache hinzugezogen, der Gelbe Drache. Und zusammen bilden sie die fünf Formen der höchsten Geschöpfe. In der chinesischen Mythologie ist der größte Rivale des Drachen ein Tiger. Werden wir in Zukunft noch einen Kampf von Kaido und Fujitora sehen? Eine der bekanntesten Storys ist die rund um Ryujin, dem König der Drachen, Tamatori, der Perlentaucherin und den Gezeitenjuwel. Fujiwara no Kamatari war der Gründer des starken Fujiwara Clans. Nach Kamataris Tod sendete der Tang Dynasty Kaiser, welcher Kamataris wunderschöne Tochter dazu gemahlen bekam, drei Schätze nach Japan, um seine trauende Frau zu beruhigen, indem er ihren Vater damit ehrte. Eines dieser Schätze war eine Perle, welche vom Drachenkönig während eines Sturms geklaut wurde. Kamataris Sohn, Fujiwara no Fuhitu, suchte nach diesen Perlen in einem isolierten Land, wo er eine wunderschöne Perlentaucherin namens Tamatori traf und heiratete. Sie gebar ihm einen Sohn. Tamar, welche voller Liebe für ihren Sohn steckte, schwörte zu helfen, die gestohlenen Perlen zu finden. Nach vielen Fehlschädigen schaffte Tamar es als der Drache und andere groteske Kreaturen, welche es beschützten, eingeschlafen sind aufgrund von ihrer Musik. Nachdem sie den Schatz bekam, wurde sie von diesen Kreaturen verfolgt. Sie schnitt ihre Brust auf und versteckte die Perle in ihrem Körper. Das Blut aus ihrer Brust färbte das Wasser rot und so gelang ihr die Flucht. Aber aufgrund ihrer Verletzungen starb sie, wurde aber für immer verehrt für ihr selbstloses Opfer für ihren Mann Fuhitu und ihren Sohn. Doch was sagt uns diese Story rund um One Piece? Kaido könnte an Ryujin, dem König der Drachen angelehnt sein. Die Perlentaucherin Tama Tori hat eine Namensverwandtschaft mit, na ihr habt es erraten, Otama. Mit dem Schwert Juzui haben wir schon einen Nationalschatz von Wano Kuni gesehen. Dieser könnte angelehnt sein an den Nationalschatz Japans, dem Kusanagi Schwert. Dieses Kusanagi Schwert ist in der Legende im Besitz von Yamato no Orohi. Mit dem Shogun Kurozumi Orohi haben wir wieder einen Hinweis auf diese Geschichte. Wenn schon eines der Nationalschätze dabei ist, könnten auch die anderen zwei Schätze dabei sein. Dies wären dann noch ein Spiegel und das in der Geschichte erwähnte Gezeitenjuwel. Die Gezeitenjuwele waren magische Steine, welche vom Seegott benutzt wurden um die Gezeiten zu kontrollieren. Wie wir wissen, ist ein Grund, weshalb Wano Kuni so schwer zu betreten ist, die starken Wellen rund um Wano Kuni. Könnten diese vielleicht doch nicht von Kaido stammen, sondern von dem Gezeitenjuwel, welches im Besitz von Kaido ist. Hält dieser Stein Wano Kuni so isoliert? Der Seegott, welcher diese Steine besaß, hieß auch Watatsumi oder auch Ryujin, der Drachengott. Ein weiteres Indiz dafür, dass diese Folklore in Wano Kuni eine Rolle spielt, ist, dass dieses Kanji Perle bedeutet, auf Deutsch, aber im Japanischen wird es Tama ausgesprochen. Ryujin, der Drachengott, hatte die Fähigkeit sich in einen Menschen zu verwandeln, so wie es auch Kaido kann, wobei man Kaido vielleicht nicht unbedingt als Menschen bezeichnen kann. Aber das wird eine andere Geschichte. Möglicherweise ist Kaido kein Teufelsfruchtnutzer, sondern wirklich ein Drache, der sich eben in einen Oni verwandeln kann. Deshalb wird er auch beschrieben, dass er auch zu Wasser die stärkste Kreatur ist, da er eben auch schwimmen kann, nicht wie ein Soan Teufelsfruchtnutzer. Was noch interessant zu erwähnen ist, ist die Tatsache, dass Ryujin, der Drachengott, der Vater von Otohime ist. Der Palast der Fischmenscheninsel hat eine riesige Drachenstatue auf dem Dach. Ebenfalls hat die Dachspitze zwei Hörner. Liegt dort möglicherweise eine Verbindung? Könnte es sein, dass Drachen ursprünglich aus dem Wasser stammen, vielleicht aus dem Ryugu Palace, bevor sie zu Teufelsfrüchten wurden? Oder ist Kaido wirklich schon sooo alt und stammt eigentlich von der Fischmenscheninsel? Das würde man erstmal sagen, aber er hatte auch gar keine Flossen, keine Kiemen. Naja, wir hatten schon mal in One Piece einen Charakter, der im Meer lebte. Wada Tumi. Dieser war auch riesig, wie Kaido. Er hatte ein ähnliches Aussehen wie Kaido, zumindest hatte er einen ziemlichen Bart und war kräftig und groß. Ohne Hörner natürlich. Aber das zeigt uns, dass nicht nur Kreaturen mit Flossen oder Lungen im Meer leben können. Also wäre es gar nicht so weit weg davon, dass Kaido vielleicht auch von dort euer stammt. Und zwar in seiner Drachenform. Und er irgendwie damals noch als Gott verehrt wurde von den Fischmenschen. Hmm. Aber das ist wieder eine andere Theorie. Was haltet ihr von dieser Theorie und von dieser japanischen Folklore? Könnte sie wirklich eine Verbindung mit One Piece haben? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja wie immer. Einmal ein Abo dalassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich über einen Daumen würde ich mich jederzeit freuen. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.